Wir sind zurück bei Velvet Assassin und wir haben uns vorgenommen, das jetzt alles zu schaffen. Wir liegen nämlich in den letzten Zügen und jetzt darf Kari endlich drauf losballern. Achso. Halt! Halt! Zu großrecht. Und jetzt schon was. Hier, was auch nicht. Ne. Sonst bin ich zu langsam. Dann guck welchen du zuerst willst. Denk dran, hinter dir kommt dann auch noch einer. Was? Welcher Pisser hat die Pumpgun? Welcher Pisser? Ohne Witz, ne? Ja, musst du mal gucken. Den Schotzenschleemiel, den haue ich jetzt aber dermaßen eine Kugel in die Burne. Dieser verf... Wir finden das super. Sonst versuch doch erst den da hinten zu kriegen. Den kriegst du auch nicht, wa? Aber den vielleicht. Ja, der hat es noch nicht. Der hat es noch nicht. Der hat es noch nicht. Der hat es noch nicht? Ja! Der hat es! Der hat es! Da ist noch einer! Ja! Der hat es nicht! Lass ihn abwarten! Am Start! Hätte gern Medikit! Läuft! Oh Gott! Weiter! Denk dran, siehst du auch nicht, ob irgendjemand irgendwas hat? Wieso laufst du? Was machst du? Ich will gucken, ob der was hat, aber der blinkelt nicht, ne? Oh, da liegt was! Oh, da wäre ein Fass gewesen. Ja, da wäre ein Fass gewesen. Das sehe ich auch gerade. Da ist noch einer. Lauf erstmal! Der ist da nicht. Das hier ist auch noch das Fass. Ne, doch nicht. Hier ist noch etwas. Da blinkt aber nichts. Scheiße, wieso hat hier keiner was? Hier blinkt was im Boot. Muni, geh mal hier links rein. Gehe, mach ich, laufe. Muni! Scheiße! Wettigkeit! Wettigkeit! Super! Ist hier was? Ich will die Munition mitnehmen! Oh, was stehen hier? Ich denke mal hier links dann hoch. Wieso hat hier keiner... Okay, aua! Stacheldraht macht Autsch! Ne, da kommen wir nicht... Tür? Achso, da ist keiner. Da kommen wir glaube ich nicht her? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ja, hier scheint richtig zu sein. Ja! Du musst da rein. Ja, ja, ich wollte nur gucken. Mhm. Ich fiebere nur mit Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ist ja auch immer gut. Irgendwo ist einer. Dahinter ist auf jeden Fall einer. Da? Den da meine ich... Ups! Nein! Nein! Ach, boah, weil ich vorhin... Etikett! Etikett! So soll ich... Oh, ist ja gut. Ich will den Tum... Das ist ein Pisser. Ist das wieder einer mit Flammenwerfer? Ja. Ah, dann kommen wir jetzt in die Tür rein. Ich sehe dich nicht. Du bist festgewagt. Zu unserem Glück müssen wir auch mal sagen. Wir müssen auch mal Glück haben, oder? Das ist so. Oh! Ich muss es immer nicht sehen. Ich wollte es nicht stehen lassen. Einmal willst du mal ein Fass nehmen, ne? Jetzt machen wir wieder... Was? Wer? Ich? Nein! Nein, nein, nein! Einer aus dem Dorf. Na, wie geht's nicht? Halt! Da steht auch noch was! Moment, hier blinkte gerade was! Da steht auch noch was! Hier blinkte gerade was! Ja, da unten! Halt! Nein, nicht aufnehmen! Ah! Es tut mir jetzt mal die falsche Dachte! Nein, nein! Wie geht's? Jetzt geh mal hier hin! Da steht auch noch... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh Gott, ich hänge fest! Was tust du? Da! Ah! Das ist der Zwei-Augen-Prinzip. Vier-Augen-Prinzip. Da oben ist noch was. Dann machen wir weiter. Ähm. Ähm. Achso. Hä? Was machst du? Oh! Pardon! Jetzt! Alles gut! Keine Dach! Oh! Wo sind wir denn? Hier? Im Schlafraum! Achso! Nee! Wieder hier! Das hätten wir auch von hier hin gekonnt! Hä? Hä? Ich hab noch nicht richtig geguckt! Achso! Achso! Da liegt es jetzt bei da, du! Dann hätte ich die ja von oben! Ist doch wurscht! Du hast doch alle! Kirche! Da vorne ist die Ehekirche! Oh Gott! Ich hab gerade gesagt! Systemabsturz! Einfach! Macht doch sowas nicht mit mir! Wir sind schon so geprägte Kinder davon! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist mir schlecht! Ein Glück ist ja noch deine Folge! Na toll! Wie lange noch? Oh Gott! Wie lange noch? Oh Gott! Wie viele sind das? Viele! Und du kommst von Hitler! Oh! Ach! Der General ist auch da! Wer ist das? Govils? Ja, nee! Hitler himself? Govils war doch immer bei Hitler! Der wird sich damit nicht die Fingerschmutzig machen und sowas hier! Der kleine Schwanzlutscher! Wer jetzt macht... Was? Macht das nur unterschiedlich? Vorsicht! Du musst ja erst weg... Ja... Die sterben da alle und ich guck mir erst mal... Hey! Fimmel! 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 Jetzt die Frage ist die andere Seite! Fimmel! Er dien nicht jetzt! Nö, kommst du nicht! Oh Gott! Der kommt! Der kommt! Was? Wo ist denn? Scheiße! Achso! Oh Gott, ich hab gar nicht geguckt! Ich hab einfach geschossen! Ja, toll! Hat ja auch beider funktioniert! Beider! Bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen... Achso! Rauskommen! Aha! Muss ich jetzt hier nochmal rein? Ja! 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 Ich wusste, das war der letzte Speicherpunkt! Ja! Ja! Denkst du bitte dran, dass vor dem Fenster Leute... Ähm... Aber ich bin doch im Haus! Wieso sehen die mich? Weil du stehst vor dem offenen Fenster! Ja! Ja, das probieren wir nochmal! Scheiße! Oh mein Gott! Ich wollte dir jetzt so schön nach oben... Äh... Kannst du gerne tun! Später! Nimm das Medikind! Nimm das Medikind! Und sie... Wo war denn diese Leiter? Hier! Kriege ich das Pass von hier oben gar nicht? Doch! Äh... Hat ja echt viel gebracht! Wow! So, Moment! Hier war... Und einer hat eins bei! Und ihm hier... Ne, der liegt jetzt hier... Ne, ich nicht! Ach ne, da links! Und da kommt Sequenze! Ach ja! Stimmt ja! Und ich sag's auch! Schon wieder erschrocken! Ach ne! Dass sie danach nicht noch einen Speicherpunkt gesetzt haben, ne? Ne, also echt! Ich meine, okay, die sind wirklich dann nah beieinander, aber dann muss man nicht immer die Sequenz durchleben hier! Kann man auch nicht... Kann man nicht! Kann man nicht! Kann man nicht überspringen! Ach, T-Pause! Schlaf! Mhm! So, ihr Wichser! Party time! Mami ist in der Haus! Mami! Ich würd euch gerne ein explosives Zäppchen den Anus hinaufjagen! Worauf bin ich denn jetzt? Habe ich die Orientierung verloren? Ja, so! Da ging es los drin! Aber hier ist auch wieder ein Schatten! Doch, hier gehen wir einmal! Guck mal! Und da hinten... Da steht... Da ist auch ein rotes Fass! Du könntest ja hier pfeifen und dann durch sie auf Dörfer! Was ist der General? Ich bin ziemlich mager aus! Äh! Aua! Ja! Scheiße! Die Wichser! Denkt man aus dem Auflangenwerfer, würde ich mal sagen! Och, das mit dem Speicherpumpse ist aber echt Rotze! Na, sag ich doch! Wegen der blöden Sequenz immer! Dabei! Uuuh! Oh! Wie war das? Warum ist der eigentlich ein Leon in? Oh, das ist... Wieso in das Helles sind die ja nicht... Oh, ja! Hey! Du hast... Das war's schon! An der Stelle... Halt! HALT! Ja ja, die will immer abhauen. Dieses mal wieder will die vor allem abhauen. Willst du nochmal nachholen? Ja... Zu Sicherheit einfach, wer weiß. Nachher sind es dann die 6 Kugeln, die mir am Ende fehlen. Erst weglegen. Ja. Genau. Und jetzt! Mach die flotte! Aber wie? Hiiii! Sequenz. Ich weiß auch nicht. Vielleicht doch erst da pfeifen bei dem roten Fass? Ich weiß es nicht! Oder einfach komplett drauf und ballern? Ja. Komplett drauf ballern kannst du auch noch mal suchen. Ich weiß es nicht. Ha. Das ist schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Aber heißt es nicht eigentlich, wenn der Generalführer tot ist, dann werden die anderen ganz kopflos und dann legen sie die Waffen nieder? Ich glaube in dem Spiel ist es ausnahmsweise immer nicht so. Das ist immer nur in den Filmen, ne? Alles in die Unnazis. Ne. Tja, aber das ist da hinten nicht umsonst. Die Sparen, ob die da hinten gehen? Die sparen da ja auch die ganzen Leute nieder. Ja, aber das ist ja... das sollte dich ja nervös machen. Wenn die da hinten gehen... Du bist nicht im Schatten. Ja. Das ist keiner mit. Kann ich dem seinen Tank entschießen? Ja. 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 Oh, das ist ätzend. Blöde Sequenz. Ach. Das nervt. Auch dieses immer wieder. Oh. Was? Was ist denn mit ihm nicht los, weil jetzt stand er mal nicht draußen, ausnahmsweise. Äh, was? Der kam gerade rein. Ja, ja, jetzt stand er mit ihm, ja, wieso auch immer. Was? Was? Was ist denn los? Was, so kann ich die Tür ja nicht aufmachen. Was? Ist mir so einfach. Oh, sieht die da so, aber echt. Was? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh, festgepackt ist noch ne Weile süß. Ist schon niedlich. Was ist denn? Entschuldigung. Wo ist er denn? Scheiße! Die will abhauen! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ich schauze jetzt auf die Moni. Der Quempf! Der Quempf! Der Quempf! Wenn man dann rausfinden würde, wie man die mal wegspielen könnte, ne? Das wäre gut. Gibt's da irgendeinen Trick? Die ist auch so ätzend dämlich, die Sequenz. Das ist der 3 mit diesem hübschen Ding, 2 Generäle, eine Kirche, wo alle drin abgeschlachtet werden. Jetzt ein Sniper. Traum. Hätte ich meinen Spaß dran. Und den Reifen und den Schatten abgebaut? Irgendwo? Es ist keine richtige Deckung! Nix! Aber da ist Schatten! Schattenreich! Der Deckung ist ja wurscht! Haben wir gelernt im Spiel. Ich bin wahrscheinlich jetzt gleich wieder tot. Ich hab keine Ahnung! Oh ne, lol! Ah, scheiße! Mann, leck mich doch alle an der Pumpe! Du hast doch noch mal auf die brutale Art versuchst! Lass mich auf meiner langsamen Rande! Da lag ein Medikid! Ja, das hätte ja auch nicht viel gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge! Bis dann! Bis dann!